Hallo, was geht? Willkommen jetzt zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Ihr seht gleich, wie wir hier stehen Wo wir hier stehen Ich bin mal in Telltowers, Leute Und hab scheiß Waffen Ich verkapp mich hier gerade Das ist eine Pistole Wo wird geschossen? Wo wird die geschossen? Eine Pistole, Alter Ich bin ja die Schüsse da vorne Ich bin ja die Schüsse da vorne Woo! ан und Vielen Dank. Das ist jetzt total eingelaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe geschossen! Die ganze Zeit! Ich habe mich um diese Scheiße aufgehangen. Mann! Ich habe ganz Zeit aufgenommen. Ich habe mich um die aufgenommen, ey. Ich habe ganz Zeit so rum. Ich habe ganz Zeit geschossen. Der ist doch dumm gewesen, der in der Falle gelaufen ist, ne? Ja, einmal schmache ich noch. Ich darf für sowieso nur so... ...nieder, äh, noch goldene, graue und dunklen darf ich ja nur. Ich glaube, so mache ich das, ähm, bei der, ähm, Teil 6 mache ich so, ähm, ich spiele Fortnite, Teil 6. Ich mache eine Challenge, meine nächste, ich spiele Fortnite, Teil 7. Ich mache eine Challenge, Teil 2. So, machen wir dann das. So mache ich das dann nach. Oh, ich mache die Challenge weiter. Warte, du fährst. Du wirst nicht soiss nicht die Städte Torsten die Waffen findet muss doch klar, die hier nicht mitnehmen. Ach, du Scheiß, wieso bin ich hier im Kommen? Weil du eine Schimpf macht, Wolfgang. Die hier sind nicht mehr am Kommen. Ah, wieder Torfärzte, gau. Was ist da, wo ich das sneak aufzuhören? Oh, cool, nehme ich, 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 nehme ich. Ehm, nehme ich, nehme ich. Und ich bin bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für das Video, Leute. Schau!